so 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 und komische Brücke komische Brücken bauen die hier die Leute nein man kann nicht über die Feuerwehr springen schlecht ganz schlecht ach geht auch nichts auf und nichts enge Gänge enge Gänge wo muss ich denn lang da oder da lang oder ich erschieße einfach mal alles das da rumläuft sieht mir verdächtig aus ich laufe jetzt nochmal da lang ich komme jetzt wahrscheinlich auch da raus aber halt exakt genau da ach du denkt an nichts böses stellt sie irgendwo hin und dann 1589,7 Gegner und alle wollen einen töten völlig grundlos was ist da vorne noch nur eine Fackel oder was kann ich die umschmeißen nein aber ich kann mich drauf stellen was mir total viel nichts bringt gut wir müssen dahinter weiter ach ich hasse diesen Typen mit der Chang'an warum sie dies so vernichten mit dem Ding und ich brauche einen gelben Schlüssel toll und ich habe keinen gelben Schlüssel also ich muss in den Teleporter würde ich mal sagen oh ja da bin ich richtig da bin ich richtig da sind Gegner da muss ich richtig sein das ist dumm wenn Gegner irgendwo sind sind sie richtig wenn keine da sind ja dann müssen sie halt neue suchen ach komm hey ne die Knarre oh ich habe Kommunition mehr mit der was ich habe keine Munition mehr mit der Schlüssel in den ah klasse naja nehmen wir halt die ja komm geht es da noch lang nein kann ich auch nicht drüber springen ich springe jetzt allgemein recht nutzlos in dem Spiel außer man möchte irgendwo rausspringen wo man danach nicht wieder reinspringen kann dann bringt das ungemein was und wir haben wieder Munition wieder meine Lieblingswaffe hopp auf und war da nicht ein Schalter? ah doch was bewegt dieses Schalter jetzt? hm ah nee ah ok ich sehe es ich sehe es uff stirb halt nein fettes Schwein geh weg stirb 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 fress ja zuviel Würste wärs dann nicht so fett und dann hättest du mich besiegen können nur nicht aufhören zu springen und wir haben eine gelben keycard jetzt wollte ich wieder Schlüssel sagen, ist doch falsch, ist doch eine keycard pfff eine keycard und es passiert nichts es ist nichts passiert kommt mir verdächtig vor kommt mir verdächtig vor ich komme ganz schön viel verdächtig ah ok huuuh ah welche Knarre nehme ich jetzt wieder yeah yeah für euch reicht die noch stirb, stirb, stirb stirb sehr schön muss ich nicht wieder da durch die ganze Gegend rasen rasen laufen, rennen grasen yeah kreuz pentagramm umgekehrtes kreuz tür ganz viele gegner komm 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 du sollst nicht rumstehen du sollst sterben ich denke woher könnt ihr euch da hinten vor mir verstecken äh kannst tatsächlich ah nein komm 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 zum power komm her komm her so was ist da noch Lava komm ich nicht lang oh nein sei es halt ich muss da lang da leide ich doch Schaden ihr Mistkerle ach komische Konstruktion stirb, 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 stirb 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 ich könnte auch mal die Säge nehmen ja die Säge nehm ich jetzt aah Tür auf ssssssssss scheiße das war ne ganz beschissene Idee die Säge zu nehmen ganz beschissen warum nehm ich die Säge aber ein Gang ist die bestimmt nicht yeah ssssssss Säge und boah habe ich jetzt wieder Grafikfehler ist doch nicht schön oooooo vielleicht nehme ich wieder die Jade pschhm oh Gott sind das viele oooo und ein Roder ein Roder Das sind die starken. Dann nehme ich das hier. Nimm das. Ich habe eine Menge guter Argumente, dass du mich nicht töten sollst. Und hier hast du ein paar. Und ich brauche wieder Hilfe. Hilfe. Und wie zu erwarten, liegt wieder nichts herum. Ich hätte die Säge nicht nehmen dürfen vorhin. Das hat zu viel Hilfe gekostet. Ach, dass sie überall mit ihren Pentagrammen haben und... Keine neuen... Ah, ich kann die Keycard sehen. Ich sehe die Keycard. Und... Ich sehe keine Gegner. Nein. Immer noch nicht. Ach du... Nein. Mein alter Freund. Mr. Stierkuh... Was auch immer mit... Menge Feuerkraft. Ach, ganz toll. Ganz toll. Okay. Noch ein Versuch. Ich wollte mich doch verarschen. Soll ich den killen? Mit der BFG wäre das nichts. Raketen-Werfer wohl auch nicht. Ich glaube, ich renne einfach ganz schnell weg. RENNEN! 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 Äh... Und jetzt? Wo muss ich jetzt hin? Da ist was hochgefahren. Nein, ich musste nicht ernsthaft rauf. Hallo? Geh weg. Egal, versuchen wir was anderes. Wir sind jetzt ganz mutig. Wunder mit dir und dann gehen wir da rauf und zersergen ihn! Yeah, komm! Nein, man kann kein Kotelett aus ihm machen. Schöne Schnitzel oder so. Ja, das ist jetzt schön. Okay, andere neue Taktik. Wie mache ich es anders? Ich renne dann auf. Okay, so mache ich das. Jetzt renne ich wieder da rauf. Oh, er ist nicht so blöd und fällt da drauf rein. Schade. Verdammt, das ist nur eine Kuh. Wie intelligent kann die sein? So kriege ich dich. Ja, so kriege ich dich. Aber wir sind noch nicht tot, ey! Was? Immer noch nicht! Das waren jetzt wie viele Schüsse? Sechs? Ja, du mich auch! Mistvieh! Gehst du mir auf die Nerven! Och nein! Komm! Ich mochte Kühe noch nicht. Laden tot! Laden tot! Laden tot! Es ist doch geil! Ah, renne vielleicht so? Nein! Das ist nur Munitionserschwendung! Ja! Haha! Nimm das, du dumme Kuh! Yeah! Mensch eins, Kuh null! Hahaha! Toll! Und jetzt? Gute Frage! Was ist jetzt? Wo muss ich jetzt hin? Wo muss ich jetzt hin? Äh, da? Nee!